Untertitelung des ZDF, 2020 Hatte heute ihre neue Klasse zum ersten Mal. Also was gibt's da nicht jetzt? Vertraut. Sehr innig. Nach dem Tod meines ersten Mannes standen wir ja buchstäblich alleine da. Natürlich hing Maike danach umso mehr an mir. Na ja, Kinder können solchen Lebens... ...und ich Lawrence Import. Man weiß, was da nicht gemacht habe ich mich nicht. Da ich mich nicht. Ich freue mich nicht. Wie geht's mit dem Tod. Was war das gar nicht so schön. Untertitelung des ZDF, 2020